Heyo und Yeeey! Ich wette, ihr freut euch wieder alle total darauf, eine Karaoke Challenge von mir zu hören, oder? Okay, nee, eigentlich nicht. Ich weiß, ich bin im Verzug und so. Aber wenn ich eine Karaoke Challenge sehe, dann will ich sie auch machen. Also, heute ist die Karaoke Challenge von der lieben Neptun-Chan. Und die hat jetzt 250 Abonnenten. Yeeey! Da erstmal alles, alles Gute. Super gemacht, würde ich mal sagen. Und damit ich nicht wieder vorher so viel rede, starte ich jetzt nochmal. Diesmal habe ich mich dazu entschieden, auch die Videos damit beizuhaben, weil die letzten Male habe ich einfach die Lyriks nie gekonnt. Vielleicht klappt es diesmal ja etwas besser. Also, dann fangen wir jetzt mal an. Ja. Schön. Stand up, du bist. Nein, das ist mir schon mal nicht bekannt. Oh, guck mal, ein Len. Was hat er da in der Hand? Ist das so ein Stab? Er hat einen Stab in der Hand. Und jetzt ist er auch noch ein Negumi. Okay, nee. Ähm, ja, das war mein Kopfhörer. Ich komm mit diesem Lied trotzdem nicht klar. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Okay, nee. Ich weiß nicht wieso. Ich liebe das Lied, aber ich kann es nicht singen. Ähm, was ist das? Ich kann nichtmals wie einen Text lesen, weil es ist Kanji und so und Schriftzeichen. Das kann ich nicht. Zumindest noch nicht spätlich. Ein paar Sachen, ja, aber naja. Hm. Fängt ja super an. Ich glaube, ich kannte bisher ein Lied. Das wird ja die Behalt. Hm. Hm. Das wird ja nicht. Ja, aber ich kann's nicht singen. ces Mhm. Ich sag mir so was, kommt aber ich. Ja, ich bin Kokoro halt. Ja, ich bin nicht so gut neben mir. Ja, Kokoro, ich bin nicht gut neben mir. Da steht Hakumel und Nano, aber das geht gar nicht mehr. Die hat aber schön an. Ich liebe solche Lieder eigentlich gar nicht. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Oha! Wie ihr so ein Gummi-Lied. Das hat mir doch letztes Mal schon... Das kenne ich nicht. Hört sich aber sehr an wie dieses... Wie ist einmal was vom letzten Mal? Die Spree-Show... Ich kann die Tiefel immer noch nicht spielen. Ich bin ja geistert mit mir jedes Mal. Ups, jetzt bin ich an meinem Foto-Kommentor. Hm! Da steht Rarararara. Was soll man da machen? Was ist das für ein Lied? Äh... Da 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 da... Wieder irgendwas. Tidamante kirukaisu. Es ist genau so etwas mehr. Ich sing dir jetzt einfach mal irgendetwas wakateyo Ich habe keine Ahnung, welches Lied das hier ist Wahrscheinlich passt mein Gesang nicht mehr dazu Das ist noch besser Oh Gott, ja, das Lied kenne ich Das hatte ich vor Neeeeee Vor 96, das heißt Irgendwas mit Chemie zu Chemie zu Irgendwas mit Irgendeiner Polizei Das ist mir zu schnell Ich kann das nicht mehr Irgendwas Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hm. Ja, das würde mir grad nicht einfallen. Ich hab ihn jetzt abgespeichert. Das ist geil. Das Lied kenn ich auch. Ich hab ihn auch letztens gefunden, als ich wieder bis in den Hink geschlosset habe. Das ist irgendwas mit Casino. Was man ja auch nicht sehen ist bei diesen Videos. Das Lied ist cool. Ich mag das. Irgendwann will ich das gut machen. Dann brauch ich erstmal einen Partner. Weil eine Partnerin würde aufgehen. Ich könnte auch bei süßen Lens zu sehen, auch wenn ich so eine Lens-Stimme habe. War's das? Ja, das Video ist gestoppt. Also schätze ich mir, das war's. Okay. Hm. Warte mal, war bei dem letzten Lied nicht auch noch jemand? Nein, keine Ahnung. Ich hab ein Gedächtnis wie ein Sieb. Okay. Das war's dann von mir heute. Und... Keine Sorge. Bald kommen auch noch richtige Cover. Neptun-Chan wünsche ich alles, alles Gute. Dass alles weiter so läuft. Ne? Und dann... Auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass ihr bei meinen Covern bald dabei sein werdet. Sobald sie endlich mal hochgeladen werden. Tschüssi! Tschüssi! Pffche,